Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe heute eine Karte im Gepäck für euch mit den Stanzformen Mohnblüten. Das sind die hier. Die sind aus dem Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog. Ich habe jetzt mit denen eigentlich fast noch gar nichts gemacht. Außer jetzt nur mal mit den Blättern ein bisschen gespielt und so. Und ich dachte mir, ach komm, bevor es Herbst-Winter wird, und es geht ja schnell hier, dachte ich mir, komm, ich muss einfach mal ein bisschen mehr damit machen. Eben, ich habe jetzt einfach mal probiert, hier damit ein bisschen rumzuspielen. Es wird dann nochmal ein Video geben, allerdings mit einer anderen Karte. Ja, das ist die Innenseite. Und das ist die Außenseite. Ich habe jetzt hier noch mit Blütenband, also Tüllband und Pergamentblättern ausgestanzt. Und dachte mir, ja komm, das kannst du doch ein bisschen mischen hier. Wir machen die heute in einer anderen Farbe, nämlich in Mango-Gelb. Und was ihr alles braucht, so wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Also, ihr braucht zuallererst eben mal diese Stanzformen in Mondblüten. Das ist schon mal ganz wichtig, weil ohne die geht gar nichts. So, dann braucht ihr einen Farbkarton als Kartenbasis. In den Maßen 21 cm auf 14,5 cm. Gefalzt wird das Ganze bei 10,5 cm. Habe ich hier schon gemacht. Dann braucht ihr für den Einleger einen Flüsterweißen Farbkarton in den Maßen 14 cm auf 10 cm. Der kommt dann innen rein. Dann braucht ihr eine Mattung in Mango-Gelb. Auch in den Maßen 14 cm auf 10 cm. Und dann braucht ihr noch ein Stück Flüsterweißen Farbkarton in extra stark. In den Maßen 13 cm auf 9 cm. Da kommt dann unsere komplette Deko drauf. Und dann habe ich hier einfach noch einige Sachen ausgestanzt. Eben die Mondblüten habe ich jetzt hier ausgestanzt. In Mango-Gelb. Auch die, ich habe jetzt mal zwei kleine, auch für die Innenseite. Mal gucken, ob wir die alle brauchen. Dann eben diese Blumenstempel für innen drin noch dazu. Die habe ich jetzt aber in Safran-Gelb. Damit ein bisschen ein Unterschied. Ihr könnt die aber auch in jeder anderen Farbe ausstempeln. Das müsst ihr einfach selber. Das seht ihr ja. Hier einfach noch ein Reststück für unser Banner. Und dann habe ich einfach noch hier dieses aus den... Einfach als Hintergrund. Mal gucken, ob ich diesmal benutze. Da habe ich es jetzt bei der Alain-Karte benutzt. Mal schauen. Und einfach noch hier diverse Blätter aus Pergamentpapier. Um das Ganze einfach nicht so schwerlastig zu machen. Darum habe ich da jetzt Pergamentpapier benutzt. Und ein Stück von unserem gepunkteten Tüllband. Ja, ein bisschen Schnickel, die muss natürlich immer dabei sein. Und wenn ihr vielleicht noch habt, nachher noch Perlen oder Straßsteine oder so. Aber das seht ihr ja dann. Dann braucht ihr einfach drei... Ich habe jetzt hier drei verschiedene Farben genommen. Für die Blüten dann darin, die wirklich gut zueinander passen. Das wäre... Das ist einmal... Ach ja, ich glaube Osterglocke ist das. Dann Wassermelone und Kürbis. Kürbisgelb. Ja, ist Kürbisgelb. Ja. Kommt von den Farben her relativ gut rüber. Passt auch zu dem Mangogelb. Ihr braucht dann noch einen Mischstift dazu. Oder, wie gesagt, ihr könnt es in jeder anderen Farbe auch machen. Das bleibt euch überlassen, ne? So. Für den Spruch habe ich einfach genommen. Hier aus unserem Stempelset. Liebe Gedanken. Was ist aktuell gerade in der Celebration mit einem Wert von 60 Euro mitzubestellen. Gibt gratis den herzlichen Glückwunsch. Und was wir natürlich noch brauchen ist hier dieses Painted Poppies. Diese Stempelset ist im neuen Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog zu haben. Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Ich nehme mir jetzt erst... Ach ja, genau. Ihr braucht noch... Ich habe jetzt hier noch drei verschiedene Stempelsets. Einmal Faungrün für die Blätter nachher, die wir noch aufstempeln. Ihr könnt aber auch jedes andere Grün auch nehmen. Dann habe ich hier in Schiefergrau. Weil wir die Blüten, die Blumen, die Mohnblumen doch recht zart aufstempeln. Und dann habe ich noch Gräbfried genommen für unseren Spruch nachher. Ich habe leider kein Mango-Gelb. Und muss mir halt jetzt mit etwas anderem behelfen. Wenn ihr natürlich Mango-Gelb habt, dann ist das natürlich umso besser. Wir fangen jetzt eigentlich zum Ersten einfach an, das hier einfach zu inken. Da gehe ich jetzt hier einfach nur wieder mit dem Rand da rein, damit es nachher nicht nur weiß auf weiß ist, das Innenleben. Das kommt ja sonst auch ein bisschen... Ja, ich mag es einfach, wenn es da noch ein bisschen Farbe hat. So, da könnt ihr jetzt auch gucken, wie ihr es da am besten... Könnt ihr auch ein bisschen mehr nehmen oder so. Wie es euch halt gefällt. Und ich tue es jetzt hier auch zum Trocknen ein bisschen auf die Seite legen. Ich muss halt jetzt aufpassen, irgendwie tinte ich mich heute den ganzen Tag schon voll. Und das ist dann nicht so toll. So. Jetzt. Eigentlich können wir uns die Mattung schon mal komplett aufkleben. Dann haben wir die schon mal aus dem Schussfeld hier. Das mache ich mit unserem Kleberoller. Das muss ja nichts aushalten. Das geht ja wunderbar so. Schaut, dass ihr das einfach schön mittig hier drauf bekommt. So. Nicht so wie ich wieder mal schief. Naja, solange man nicht angedrückt hat, ist alles gut, ne? So. Jawohl. Kann man das schon mal auf die Seite legen. So, und dann fangen wir an unseren... Unser Deko-Platz so. Na. Ich brauche eine Unterlage hier. Ja, hallo. Was wird jetzt das hier? Ach, Mann. Alles klemmt. Ach, jo. Man hat nur eine Hand zur Verfügung, ne? Das ist halt immer so ein Drama. So. Also. Nehmen wir uns hier diese Blumen raus. Die hier. Ach so, ihr seht es nicht. Das ist... Die hier nehmen wir raus. Genau. Machen die auf unseren Stempelblock. So. Und dann nehmen wir uns das Schiefergrau. Jawohl. So, und das Stempel und wir uns jetzt einmal ab, weil sonst wird es uns einfach zu heftig. Ich mache es jetzt mal auf die andere Seite. Ihr braucht die Stiele hier nicht komplett drauf machen. Ich habe es jetzt einfach ein bisschen weiter runter. Nehmt euch einfach eine Unterlage. Und also ich habe die Stiele nicht hier komplett drauf gemacht. So. Seht ihr? Da ist es nämlich schön zart. Und mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Das reicht uns so schon. So. So. Und da können wir uns eigentlich das schon mal ankolorieren. Jetzt müsst ihr halt einfach noch ein bisschen aufpassen mit eurem Missstift nachher. Wenn ihr hier... Dass ihr nicht so in das Grau reinkommt. Ich mache jetzt hier einfach mal so. Nur so ein bisschen. Also ich fange jetzt einfach mal mit Gelb an. Ich mache jetzt da nur so ein bisschen. Hier was in Gelb. Da was in Gelb. Hier die sind auch Gelb. Ja. Wie euch das gefällt. Guckt einfach mal. Also wie gesagt. Ich male jetzt auch nicht die ganze Blüte aus. Weil das tut sich nachher sowieso verteilen. Wenn wir dann mit dem Missstift drangehen. Dann können wir hier eigentlich noch voll. Da haben wir auch noch was in Gelb. So. Und dann mache ich die anderen auch noch ein bisschen Gelb. Weil ich möchte das nachher mit dem Wassermelone mischen. Da dürfen ruhig auch ein paar Gelbe mit dabei sein. So. Jawohl. Und dann machen wir hier das was Wassermelone sein sollte. Das machen wir in Wassermelone. Guckt einfach. So. Ich mache jetzt auch mal nur eine in Wassermelone. Darf ja auch mal sein. So. Oder hier. Jawohl. So. Und dann nehme ich noch mein Orange. Dann mache ich den Rest. Das was jetzt noch übrig ist. Damit sich das nachher alles schön ineinander verteilt. Also wie gesagt so. Braucht es nicht super doll genau ausmalen. Das könnt ihr nachher mit eurem Missstift nachher richtig schön verteilen. Das ist überhaupt kein Thema. So. Einfach nur damit die Farben hier ein bisschen drin sind. Und dann geht das schon wunderbar so. So. Jawohl. Jetzt nehmen wir unseren Missstift und fangen jetzt natürlich erst mit dem gelben an. Ganz klar. Alles was gelb ist einfach erstmal schön verteilen. Dann sieht es nämlich schon gar nicht mehr so buntstifftraut mäßig aus. Das ist ja das was wir so wollen. Und dann könnt ihr eigentlich schon in das Orange dann mit reingehen. Da braucht ihr jetzt nicht extra ausstreichen. Weil es soll sich ja sowieso vermischen. Einfach gucken, dass er nicht zu oft drüber geht. Weil es sonst raut sich das Papier auf. Das ist ja auch nicht das was wir anstreben. So. Und so verteilen wir uns das eigentlich schon richtig schön. Und dann sieht es auch ein bisschen wie, ja, verschwimmen die Farben so ein bisschen ineinander. Ich finde das noch recht schön. So. Bevor wir jetzt an das Wassermelone gehen, streichen wir hier aus und gehen hier in die Wassermelonenfarben rein. So. Genau. Erstmal nur die, die wir nur in Wassermelone ausgemalt haben. Und dann können dann die anderen, die mit Geld noch mit drin sind, dass sich das hier schön vermischt. So. Und dann verschwimmen die mit dem, mit dem Gelben noch. Und dann sieht es nämlich wie, ja, wie, wie so. So, ja, so. Bisschen wie Wasserfarben aus, ne? So. So. Das war eigentlich schon der ganze Zauber mit dem Kolorieren. Das haben wir jetzt schon fertig. Dann machen wir uns mal die, die Blätter drauf. Das sind jetzt die hier. Wer es jetzt in Faungrün machen will, der kann es jetzt in Faungrün machen. Ich würde es jetzt dreimal abstempeln, aber da gucken wir jetzt gleich mal. Mir ist es fast ein wenig, aber gut. Mal schauen. So. Also ich stempel das jetzt schon einmal, zweimal. Ja, so dreimal abstempeln sollte man fast machen, ne? Oder zumindest ganz sachte nur. Genau. Einfach nur ganz leicht aufdrücken, dann geht es auch. So. Ihr könnt es natürlich auch stärker machen, je nachdem wie ihr wollt. Ich fand es jetzt nicht so toll so. Ich wollte es jetzt nicht so heftig haben. So. Genau. Das reicht mir eigentlich schon. So. Und da bin ich jetzt auch mit dem Mischstift ein bisschen reingegangen. Und habe das hier einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Farbe von dem Stempelkissen. Dann geht es sowieso weg hier. Und damit habe ich jetzt ganz leicht Farbe in die Blätter reinbekommen. Und nur ein Hauch, nur ein Hauch von der Farbe. Es geht einfach nur darum, dass sie nicht schneeweiß sind. Und so abverschmieren tut es nicht. Aber es reicht gerade so, um das eigentlich so hinzukriegen, wie ich das gerne hätte. Nämlich, dass sie ein klein wenig eingetönt sind. Seht ihr? Weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ich gebe es euch mal hin. So. Also wie gesagt, da ist ein bisschen Farbe drauf. Ganz wenig nur. Und so soll es ja auch sein. So. Lassen wir das mal einen Moment beiseite. Dann kleben wir uns hier mal unser Innenleben ein. Na, der Hund, der Haare. War ja so klar. Die sind auch überall hier. So. So. Seht ihr, da ist es schon nicht so langweilig. Und da können wir eigentlich hier auch schon unser Innenleben da rein kleben. Und zwar habe ich mir jetzt die einfach ein bisschen nach oben. Ich mache jetzt hier nur so eine halbe rein. Ich habe mir die ein bisschen nach oben gebogen. Dann bin ich hier mit unserem Wink of Stella noch kurz drüber. Hier nur so am Rand ein bisschen. Seht ihr einfach nur mit dem, mit der Pinsel, also mit der Stiftseite. Damit es einfach mal ein bisschen angedeutet ist. So. Und dann nehme ich mir hier ein bisschen Tombow. Und klebe mir das hier am Rand rein. Jawohl. Ein bisschen anziehen lassen. So. Dann nehmen wir uns schon mal das Kleine hier. Genau. Jetzt biegen wir uns auch ein bisschen nach oben. Auch ein bisschen Tombow drauf. Und ab in die Mitte. So. Wer jetzt will, kann jetzt natürlich jetzt auch noch ein bisschen beglimmern. Und da habt ihr hier eigentlich schon ein schönes Innenleben. Wo sich außen dann wiederholt. Ich finde das noch recht schön. So. Jetzt lassen wir das auch wieder ein bisschen antrocknen. So. Und jetzt kommen wir zu unserem... Ich bin gerade aber überlegen. Ich glaube, das lasse ich halt weg. Das irgendwie... Man sieht... Ich finde, das sieht man einfach zu wenig. Und jetzt biegen wir uns eben die Mondblüte, oder besser gesagt nur die Monturen hier, Konturen hier, ein bisschen nach oben, damit sie ein bisschen nach oben weg steht. So. Ne, weißt du was? Wir kleben das... Kleben wir das zuerst auf. Ja, ich glaube, es ist besser. Mit Stempeln sind wir ja soweit fertig. Dann können wir uns das eigentlich auch gleich aufkleben. Und zwar wird das jetzt mit Abstandshalter aufgeklebt. Wo sind meine großen Dimensionals? Hier sind sie. So. Genau. Und da könnt ihr... Eben. Einmal hier außen. Alle vier Ecken. Das ist eigentlich, wenn ihr die ganze Vorbereitung schon gemacht habt, eine relativ schnelle Karte. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen auffällt, ist das Kolorieren, aber... Ach, wir haben auch schon länger koloriert, ne? Finde ich, ja. So. Dann kleben wir das jetzt hier mal so schön bündig. Aber ich habe hier mit Absicht ein bisschen größeren Rand gelassen, damit auch man was von der Mango-gelben Farbe sieht. So. Hier mache ich das Gleiche mit dem Wink of Stella. Einfach hier außen rum ein bisschen. Dass wir hier einfach ein bisschen Schimmer haben, damit es nicht ganz so langweilig ist. Und dann kleben wir die uns auch mit Abstandshalter, mit unserem Dimensionals, kleben wir die jetzt auf die Karte. Ich würde da zwei benutzen, für alle Fälle. Weiß ja nie. So. Die habe ich mir jetzt so da oben positioniert. Ne, machen wir hier. Positionieren wir hier. Da könnt ihr ja spielen, das seht ihr ja dann. Also, da ist ja wirklich, äh, ist ja wirklich alles frei, wie ihr das, es haben wollt. So, jetzt nehmt ihr den Blütenstempel in der Mitte. So, ein bisschen biegen einfach. Nehmt euch jetzt da an, äh, Glue Dot, den Miniklebepunkt und drückt das jetzt hier an. Und dann könnt ihr das auch schon so aufkleben, hier in die Mitte rein. Und da kommt dieses hier, kommt auch noch mit rein. So. Kann man da gerade auch noch machen. Na komm. Nein, ich will dich in der Mitte haben. Genau. So. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen. Jawoll. Pink of Stella. Na, ihr wisst. Okay. So. Ähm. Weiß nicht. Sollen wir die noch mit dazu machen? Ach, ich warte. Jetzt warten wir mal bis zum Schluss. Vielleicht fällt mir ja noch eine zündende Idee ein. So. Schauen wir mal, wie wir die hier am besten da rein kriegen. Ich habe die mir jetzt einfach irgendwie, seht ihr, so im Zickzack so ein bisschen zusammen gemacht. Und die drücke ich jetzt hier auch auf einen Mini-Klebepunkt. Einmal hier. Also einmal hinten. Und einmal von vorne. Jawohl. So. Und dann müssen wir jetzt gucken, wer ist mit dir jetzt da schön da unten reinbekommen. Das ist, ja, überlasse ich euch, wo ihr die, wo ihr die hinsetzen wollt. Keine Ahnung. Ja, setzen wir sie hier rein. Also dann drehen wir uns das Ganze ein bisschen. Gehen hier einfach unter die Blüte. Und schaut, dass er das hier einfach unter, also dass die Klebepunkte einfach hier unter der Blüte sind. Genau. Weil dann stört das nämlich nicht. So, dann drapiert er das noch hin, wie er das so braucht. Jawohl. Und das brauchen wir auch nicht mehr. So. Genau. So. Wer will, kann jetzt noch hier die Blätter sich ein bisschen verteilen. Ich habe jetzt eins, würde jetzt sagen, eins dahin. Ich habe mir dann auch immer noch den Stiel ein bisschen abgeschnitten hier. Sonst gibt mir das zu weit unten rein. So. Und das schiebt er jetzt auch einfach hier drunter. Wenn es geht, unter die Blütenmitte, dass man den Klebepunkt nicht sieht. Jawohl. So. Dann zieht man den nämlich nicht mehr. So. Und mit dem langen Ding machen wir das genauso. Jetzt nur auf der anderen Seite. Wie gesagt, ihr könnt auch weißes Papier nehmen. Das bleibt euch komplett selbst überlassen. So, ich schiebe das jetzt da unten rein, dass es hier einfach ein bisschen rausguckt. Jawohl. Sollen wir den auch noch reinsetzen? Ja, den setzen wir auch noch rein. Klar, wenn schon, wenn schon. Nehmen wir den doch auch noch mit hier. So. Da bleiben. Den schiebe ich mir jetzt da oben rein. Kommt auch unser Distillband drunter. So, jetzt ist es halt, ähm, das müsst ihr halt jetzt entscheiden, ob ihr das mit einer Blume belassen wollt. Ich habe jetzt da zwei, ich glaube, ich habe jetzt da zwei, aber ich glaube, ich mache auch zwei, ja. Ich glaube, das ist besser. Das ist ja ganz so langweilig mit nur einer. Die ist da, die ist da so einsam und verlassen. Keiner kümmert sich um sie. Das geht ja mal gar nicht. So, da machen wir uns jetzt aber auch einen Mini-Klebepunkt drauf. So, da leh. Und dann setzen wir die, ja, wo setzen wir uns die hin? Da her? Keine Ahnung. Sagt was? Ne, auch nicht. Hier drüben. Ja, jetzt sind wir soweit, ne? Jetzt sind wir soweit. Wo setzen wir uns die hin? Das ist jetzt gute Frage. Ich setze die jetzt hier einfach in der, hier mit dick rein. Genau. Da kommt sie gut. Das machen wir uns hier wieder ein bisschen groß. Ein Stück bisschen Tombow-Kleber. Und dann setzen wir die uns hier drauf. Wieder in die Mitte. So. Ein bisschen Pink of Stella. Genau. Na, das ist doch was, oder? Was meint ihr? Ja. Dann brauchen wir jetzt noch unseren Spruch. Da brauchen wir wieder eine Unterlage. Wie gesagt, ich nehme mir daraus jetzt aus dem Liebe Gedanken. Ach, das ist so, das ist so vielseitig. Man hat das ständig im Gebrauch irgendwie. Geht's euch auch so? Also ich habe das Ding ständig im Gebrauch. Das ist so ein tolles Stempelset. Also das war mal so ein richtiger, ich glaube auch, das ist so ein richtiger Renner irgendwie, ne? So, jetzt nehme ich mein Stempelkissen in Grapefruit und stempel mir jetzt den Spruch hier auf. Ich hoffe, ich bin gerade, ich sehe nämlich nichts. Ah ja, ist doch supi. Genau. So. Dann auch weg. Dann machen wir uns den jetzt hier einfach noch von dem, wie man brauchen, von der Länge her. Ich will den ja nicht so groß haben. So. Obwohl, hier oben könnte es schon noch ein bisschen, etwas weniger darf es hier oben schon sein. Aber ich habe es nicht so mit dem Gratschneiden. Ja, hätte ich nur gleich meinen Schneider genommen. Aber ja. So geht's auch. Ein bisschen noch. Moment. So. Ja, so ist okay. Und das kleben wir uns jetzt da unten hin. Ja. Dann sehen wir auch noch was von den Blumen. Und dafür mache ich jetzt einfach nur den oberen Teil mit Kleber. Den unteren nicht, weil der steht ja eh in der Luft. Und damit es nicht ganz so rumquillt, verteile ich das hier mit dem Finger. Ja, ja, ist nicht so toll, aber das tut man nicht alles. Na. Jetzt. Genau. Guck, dass er es gerade hinkriegt. So. Und jetzt brauchen wir uns natürlich noch ein bisschen Bling Bling. Das ist natürlich klar. Und dazu nehmen wir uns unsere Strasssteinchen. Ich habe jetzt hier die kleinen genommen. Machen wir uns hier einen hin. Und hier. Ja, ja, da. Und weil drei einfach eine tolle Zahl ist, machen wir uns noch einen dritten hin. Prima. So. So. So schnell geht's. Das geht doch ratz-ratz hier. Seht ihr? Das ist doch mal richtig schnell. Ihr habt hier zwei verschiedene Karten. Einmal in Wassermelone. Und einmal in Mango-Gelb. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Also ich finde beide von der Farbe her echt toll. Muss ich sagen. Das war mir echt sehr gut. Das war's schon wieder von mir. Alle Materialien, die ich verwendet habe und alle Papiermaße findet ihr hier unten in der Infobox. Und ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder ihr Besteller wollt oder sonst irgendwas, dann blende ich euch jetzt hier meine E-Mail-Adresse ein. Ja, und dann wünsche ich euch eigentlich noch einen schönen Tag für heute. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.